Moin Leute herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Heute fahren wir auf der 256 wieder und zwar auf der Kaiserschaft auch nicht wieder, aber wir fahren heute auf der Linie 256 auf der Kaiserschaft Aachen mal wieder. Heute natürlich mit dem VDL Mod, dem ASIC VDL Mod. Ja, ich habe den Bus schon ein bisschen aufbereitet, weil sonst braucht es der Drucker immer so lange, bis er hochfährt. Wir haben um 13.11 Uhr abfahrt tatsächlich. Das heißt, ich spule mal etwas Zeit vor. Wir machen mal 13.09 Uhr, dann habe ich immer noch Zeit. Ein paar Minuten Puffer. Das ist auch gut so, das sollte auch so sein. So, eine Minute Zeit habe ich noch, aber machen wir schon mal den Bus an. Natürlich vergesse ich, dass das viermal E ist. Einsteigen bitte. Ich weiß, ihr seid mir in der letzten Folge einfach taubstumm. Am besten gar nichts sagen. Also liebe ich das natürlich, wenn man mit mir nicht spricht. Aber naja, wenn wir das mal nicht so eng sehen. Ähm, in meiner letzten Folge habe ich ja tatsächlich, äh, hier die Kopfhörer angezogen. Dieser Bus endet hier. Bitte den nächsten Bus oder eine alternative Verbindung nutzen. So. Warte mal, hier ist ja dieses I hinter. Aber da passiert nichts, wenn man drauf tut, oder? Die Meldungen. Wegführung. Das ist Razzia. Razzia, also dass man keine... Ja, okay. Übertragen. Also, dann würde ich mal sagen, es ist gleich Zeit abzufahren. Ich will aber nochmal kurz wissen. Bitte nach hinten durchgehen. Please wegen einer Umleitung fährt der Bus eine andere Strecke. This bus must take a Dieter. Wer ist Dieter? Perfekt. Das ist Abfahrt. Das ist ein gutes Zeichen für mich. Wir müssen jetzt, glaube ich, gerade ausbauen. Die Navigation will irgendwie nicht. Irgendwie Navigation kennt die Strecke gar nicht. Wir sind im Sonnigster Heide schon. Willy Brandtplatz. Willy Brandtplatz. Das ist gut. Ich kenne die hellschönen Namen langsam auswendig. Aber ich denke mal, dass Omzy diese Linie nicht kennt. Also Omzy Navigation diese Linie nicht kennt. Ich mache hier mal Hilfsfeil an. Man weiß ja nie. Da verfährt man sich noch. Wäre jetzt natürlich nicht so gut, wenn ich mich verfahren würde. Wäre sehr peinlich. Ich finde es anders, dass sie ein bisschen leckt manchmal auf der Karte. Lässt sich aber manchmal auch nicht vermeiden. Leider. Da ist der Bushof schon sogar. Geil. So. Wo fahren wir eigentlich alles? Ich habe die 256. Schreibt es in meinen Kommentaren, Leute, die aus Aachen kommen. Gibt es die 256 wirklich oder gibt es die nicht wirklich? Würde mich mal interessieren, ob es die wirklich gibt, die Linie hoch. Nicht, dass es die gibt. Es gibt ja dafür die 3 A, 3 B, 13 A und 13 B. Gibt es noch andere Ringlinien? Das ist eigentlich unsere Haltestelle. Hier sind so beschriftet Dinger. Haltestelle 14. Haltestelle 14. Wird die man aussteigen? Boah, das ist mir gerade so aufgefallen. Dass jemand aussteigen wollte. Ups. Sorry. Was ist denn Grabenring? Menoritenstraße. Bitte achten Sie auf Ihre Wertgegenstände. Please take care of your valuables. Vileables. Vileables. Das hört sich so lustig an. Vileables. Das hört sich an, was hat die Ansage eingeloffen. War noch grün. Ne, war es eigentlich nicht, aber scheiß drauf. Keiner gesehen. Was keiner gesehen hat, kann mir keine Ahnung printen. Das hört sich an, was hat die Ansage eingeloffen. Ja, aber wie gesagt, habe ich im letzten Video schon gesagt, Aachen ist eine sehr schöne Karte, eine sehr schöne Stadt. Nur am Wochenende ist es grausam da. Was wäre denn der nächste Alter nach? Anastrasse. Äh, musizieren dafür. Oh Gott. Ich fahre einfach mal hier lang. Ja stimmt, Ponto ist nämlich keine Haltestelle bei mir. Ich bin zu 1000%. Hier komplett falsch. Aber egal. Oder? Nicht jedoch richtig. Ich bin die Linie tatsächlich noch nie gefahren. Jetzt peinlich, wenn ich hier komplett falsch wäre. Dann würde ich glaube ich heulen. Werden wir jetzt sehen, wenn die Ansage weiterschaltet. Technische Hochschule. Ach Gott. Das ist eine eingesprochene Ansage, glaube ich. Höh, bleibst du jetzt hier. Der muss halt weg. Wo will er hin? Wo will er nur hin? Ich glaube, das ist hier angebaut worden, weil... Du kannst sonst nie hinfahren. Merkt man zum Beispiel in der Performance auch. Die Performance lässt teilweise sehr, sehr, sehr grüßen. Ja, ich bin doch richtig. Die Linie noch nie gefahren, aber ich brich. Ich fahre diesmal. Einmal. Oh, einziehen. Du gehst zu. Diese Klingel, die immer beim Haltewunsch kommt. Wisst ihr, wie sie sich anhört? Irgendwie so wie eine Schuhklingel. So Rrrrng, Pause. Königstraße. Hat man in der Technischen Hochschule nicht ausgetauscht, die Ansage? Ist die überhaupt die andere Frage wieder? Ja. Ich glaube, wir müssen in was für Linien fahren hier. Mit Königstraße. Zwölf, die 22 und die 23. Die beiden fahren nach Stolberg und die andere fährt nach Hülz. Äh, Hülz. Wo ist Hülz? Wo ist Hülz? Weiß das jemand? Der aus Aachen kommt, weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo Hülz liegt. Ich habe keinen Plan, wo Hülz liegt. Geil. Jetzt kommen wir im Karlsgraben. Dann kommen wir hier oben wieder bei Elisenbrunnen aus. Dann, äh, Aachen Bushof. Und dann geht es schon wieder zurück tatsächlich. Zum, äh, ja, zum... Ähm, Kaiserplatz. Der Bus melde sich auch schon. Ich will nicht mehr. Ich denke mal, das ist gar nicht eingefügt worden. Die Linie. Aber dann kann er das Spiel lange genug suchen. Äh, äh, findet ihr die Route aber nicht. Und welche Linie haben wir als nächstes? Das ist die... Die 5? Und in 20 Minuten scheint es. Der nächste Bus schon. Uniklinik fährt hierhin. Hip-top. Ne? An der Straße. Yeses Maria, ey. Gibt es hier auch noch eine Durchsage, das... Das andere Seite, das ist ja länger dauert. Wir warten auf einen Anschluss-Bus. Wir warten auf einen Anschluss-Bus. Vorsicht beim Aussteigen. Mind your step when exiting the bus. Ne. Gibt es tatsächlich schon nicht. Das ist ein bisschen länger dauert. Schade. Wäre schön gewesen, gibt es aber leider nichts. Mann, 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 Mann. Moin, hallo. Hallo. Ich sag zwar nichts, aber es ist egal. Ich kann auch sehen. Ich bin noch rüber. Hehehehehe. Ich genie es. Alter Posthof. Alter Posthof. Alter Papa. Alter Posthof. Ey. Mh-mh-mh Machen wir die Scheiben sauber Was dringt denn hier? Was dringt denn jetzt? Warum haben die grünen? Ich kapier das irgendwie nicht Irgendwie ist die auch von mir gerade abgebrochen, weil anscheinlich mehr gelungen Speicher da war Aber ist auch egal Geht mir nicht zu Machen wir jetzt schnell weiter zum Kaiserplatz Meldet sich der Gegend gleich nochmal Habe mal kurz über Rot, hat es keiner gesehen Und Wo hier beruht Ja der Speicher war anscheinend voll Und deswegen muss ich gleich mal ausmisten Ehe diesen Brunnen Halt die Stelle Bisschen steig Halt die Stelle 2 Nehmen ansteigen Nö Mal direkt durchschauen Mal direkt durchschauen Jetzt kommt Aachen Bushof Das heißt da drehen wir einmal Fahren dann Rück zum Kaiserplatz Aachen Bushof So So Untertitelung des ZDF, 2020 ist die Matrix. Oh. Ach, wo denn der? Oh, oh, oh. Ich glaube, Grabenring ist damit die Ringlinie gemeint. Der Kompfer. Boah, der hat seinen Führerschein auch im Lotto gewonnen. Warum hat er nicht dran? Sie können ja kaum die Spur halten. Was sind die Zippe steckt hier? Zippe steckt zwölf. Nein, nicht so weit. Ich muss gar nicht mehr. Das ist Spiele 3. Okay. Hey, da oben. Vielleicht schon ne zwölf. Wo ist die? Leute, Leute, Leute. Blockverkehr. Hier. Muss die wohl hier sein. 6. Ich muss das mal ehrlich schon nicht vermitteln. Hansmann Platz. Hansmann Platz. Hansmann Platz. Oh nein, nicht. Gott. Die war ganz woanders. Die war da, da wo die Leute stehen. Ich fahr einfach so der Rand vorbei. Ich gewohnt bin halt die 33 zu fahren. Ich fährt nochmal da die Kurve rum. Egal, kann mal passieren. Ist ja nicht so schlimm. Komm, mach auf grün bitte. Geh auf grün. Heute noch. So! Untertitelung. BR 2018 So, und jetzt wieder hier rum. Bordschein ist ein bisschen mitgenommen. Ist nicht schlimm. So. Und dann ist die Tür hiermit hier auch beendet. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wenn ja, lasst ihr gerne eine positive Wertung und einen Daumen hoch, ein Abo, würde mich sehr sehr freuen. Haut rein. Also, letztens dann vielen, vielen, vielen Dank. So, und rein. Ciao, Leute. Tschüss.